So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Ich habe wirklich bis jetzt gewartet, es ist 14.37 Uhr. Bis jetzt habe ich gewartet, ob vielleicht der Dezember-Event-Kalender veröffentlicht wird, auf den alle warten. Es ist immer noch nichts bekannt. Und morgen 10 Uhr ist der Raid-Boss-Wechsel. Ich finde es sehr bescheiden, dass die immer noch nichts gemacht haben. Im Endeffekt werden die News jetzt rausgehauen, während ich gerade dieses Video mache. Weil ich ja heute 15 Uhr trotzdem was veröffentlichen wollte zu Pokémon GO. Und ich finde, neues Gewinnspiel, was jetzt passend wäre zum Edgy-Run-Event, was jetzt dann endet, wäre ganz günstig. Aber es sind ja jetzt erstmal noch ein paar Sachen ausstehen von gestern Abend. Da gibt es ja sechs Gewinner. Und damit das alles nicht durcheinander kommt, möchte ich das erstmal hinter mich bringen, das erstmal fertig machen, bevor dann wieder das nächste Gewinnspiel kommt. Und wir gucken uns heute mal was anderes an, was auch ganz interessant ist und vielleicht um die Zukunft sich dreht, wo auch ein bisschen was mit Dezember dabei ist. Erstmal kommt bald ein GO-Tour-YOTO-Event. Wer das nicht wusste, es gab ja das Kanto-Go-Tour-Event, wo alle restlichen Shinies der Kanto-Region released wurden. Das war auf jeden Fall ein mega krasses, spektakuläres Event, was dann mit dem Kanto-Tag geendet hat. Und, weiß ich nicht, das fand ich sogar noch krasser als das GO-Fest und alles andere, muss ich so sagen. Und jetzt das Ganze vielleicht für die JOTO-Region, wäre auf jeden Fall sehr interessant. Es deutet vieles darauf hin, das ist jetzt noch keine offizielle Ankündigung, aber es spricht vieles dafür. Zum Beispiel wurde die Season 10 von der GO-Battle League angekündigt. Da sind natürlich dann auch immer die ganzen Cups dabei, die es bald gibt. Hier ist zum Beispiel Holiday Cup, Sino Cup, Love Cup, JOTO Cup. So, Holiday Cup würde gut zu Weihnachten passen, steht auch hier drin. Dann der Sino Cup, der war eh schon angekündigt. Das wird dann im Zusammenhang auch mit dem neuen Arceus-Spiel sein, weil das ja in der Sino-Region spielt. Love Cup ist um den Februar rum, weil da ist ja auch wieder Valentinstag und so weiter. Und dann steht ein JOTO Cup aus, im März vielleicht. Und genau im März zu dem Datum, wo der JOTO Cup angekündigt ist, genau da war letztes Jahr, also dieses Jahr, was dann letztes Jahr war, weil es dann ja schon das nächste Jahr ist, genau da war das Kanto-Event, die GO-Kanto-Tour. Das ist genau dasselbe Datum, nur alles jetzt mit JOTO. Es würde auf jeden Fall dazu passen. Es passt wie die Faust aufs Auge. Es muss eigentlich so sein. Alles andere wäre Blödsinn. Was gibt's noch mehr Bedeutung für das Spiel, genau? Sie haben nochmal aufgeschrieben, welche Shinies das dann alle wären, die dann reinkommen. Was ich auch sehr interessant fand. Hut, Hut und Noctu würden dann released werden. Ist jetzt vielleicht nicht das coolste Pokémon. Hopspross, Hubelupf, Papunga, Papunga, ne, der Tunga. Girafarig, da freuen sich sicherlich viele. Schneckmag und Makago. Corazon. Corazon sollte ja eigentlich schon längst released werden. Bei einem Special-Event wegen Koronis hat sich das jetzt auch wieder verschoben. Würde da aber dazu zählen. Remorite Octillery. Mantax. Sind ein paar Sachen dabei, auch für die GBL immer. Funfie und Donfun. Finde ich besonders cool. Auch eins meiner Lieblings-Pokémon noch mit, obwohl ich das sehr selten einsetze. Und Rabauts und Caboera. Joa. Theoretisch kann man nun darüber streiten, ob die einzelnen Buchstaben von ECOGNIDO als noch unveröffentlichte Shinies zu werden sind. Da grundsätzlich einzelne Shiny ECOGNIDO bereits veröffentlicht wurden, haben wir uns dagegen entschieden, diese hier aufzulisten. Das ist sehr schön. Haltet ihr das alles für realistisch? Denkt ihr, es wird eine Go-Tour-Yoto geben? Ich denke mal, ja. Das Prinzip haben sie jetzt eingeführt. Das Prinzip könnten sie so weitermachen. Wenn sie natürlich alles als Shinies raushauen, sind das ja wieder Sachen, wo man dann weiß, dann kriegen die sicherlich keinen C-Day mehr. Aber wer braucht schon einen zum Beispiel? Wer braucht einen? Wer braucht einen Hut-Hut-C-Day? Eigentlich niemand. Also hau die ruhig raus und dann passt das. Für Fun-Fied-Don-Fun hätte ich eigentlich einen C-Day vielleicht sogar ganz cool gefunden. Ist auch ein cooler Botenangreifer. Überall diese kleinen blauen Elefanten rumsitzen, hätte ich auf jeden Fall gefeiert. Aber beim Kanto haben sie das so gemacht. Beim Yoto werden sie, denke ich mal, das auch so machen. Hättet ihr Bock da drauf? Was sagt ihr zu den fehlenden Shinies? Was wäre euer Lieblings-Shiny von denen, die hier noch fehlt? Ich denke mal, Gerafaric ist bei vielen da ganz vorne dabei. Fun-Fied bei mir. Korazon ist auch was ganz Besonderes. Da wurde ja schon angekündigt, die Season of Heritage, ja. Das ist ja das, worum sich jetzt alles dreht. Denn die Season des Schabernacks endet ja heute. Also morgen, spätestens um 10. Und dann kommen die Season of Heritage. Und alle fragen sich, was passiert da? Was ist der Feldforschungsdurchbruch für den Monat Dezember? Was sind die Raid-Bosse? Was sind die Spotlights? Was gibt es noch so für Events? Was ist alles? Aber eine Season umfasst ja immer drei Monate. Also die Season of Heritage wird natürlich dann Dezember, Januar und Februar umfassen. Wo dann also auch die Joto-Tour mit reingeht wahrscheinlich. Obwohl, die wäre ja dann im März. Ja, egal. Aber auf jeden Fall alles andere, was mit dem anderen Zeug zu tun hat. Jetzt wurde hier ein bisschen wieder rumgetrickst. Die haben da auf Twitter was veröffentlicht. Haben da rumgeguckt. Interpretation der Bilder. Wollen wir es uns mal durchlesen. Im Teaser ist zunächst das Bild eines Berges zu sehen. Der hat zwar vermutlich auf einem echten Berg basiert, aber mit Sicherheit einen Berg innerhalb der Pokémon-Welt darstellt. Aufgrund der jüngst veröffentlichten Spiele, Brillant Diamond und Shining Pearl, liegt es nahe, dass es sich hierbei um den Kraterberg handelt. Und in der nächsten Saison, genauer gesagt im Januar erscheint außerdem das Spiel Pokémon-Legenden Arceus, welches ebenfalls in der Sino-Region, damals Hisio, spielt und sich um den Kraterberg dreht. Das Spiel spielt als erstes Spiel der Pokémon-Reihe lange vor der Zeit aller bisherigen Generationen und ist somit auch ein Blick in die Vergangenheit. Arceus in Pokémon Go? Aber wenn dann noch nicht im Dezember, dann sicherlich vielleicht zum Release von Arceus. Also von dem Spiel. Nachdem die Kamera ein wenig vom Berg wegzoomt, taucht auf der linken Seite des Berges ein Turm auf, der mit seinem Aussehen an eher traditionelle Türme aus der japanischen Kultur erinnert. Mhm. Zack. Innerhalb der Pokémon-Welt gibt es letztendlich nur den Glockenturm in Teak City aus der Jodo-Region. Dieser Turm hat eine enge Verbindung mit dem legendären Pokémon Ho-Oh. Klingt jetzt auch nicht so cool, ne? Der Berg im Hintergrund des Bildes könnte somit auch das Silberberg sein, neben dem auch das Indigo-Plateau liegt, wo die Pokémon-Liga und die Top 4 der Jodo- und Kando-Region sind. Auf dem Silberberg kämpft man in den Spielen silberne Edition und goldene Edition gegen Rot, den Protagonisten aus der ersten Generation, der auch in den nachfolgenden Generationen immer wieder einen Auftritt hat. Okay. Jetzt ist nochmal die Go-Tour. Hier, Jodo, der Artikel davor im Gespräch. Also, ist das was mit Arceus? Ist das was mit Ho-Oh? Ist das was ganz anderes? Zino und Jodo, alles zusammengefasst hier. Freut ihr euch auf das Arceus-Spiel? Also, ich glaube, wir werden im Dezember definitiv jetzt keinen Arceus bekommen. Es wird was anderes sein, ja? Ich rechne mit Arceus wirklich dann zum... im Januar, Ende Januar vielleicht, wenn dann auch das Arceus-Spiel rauskommt. Dann habe ich noch eine dritte Seite für euch. In den Data Mines wurden wieder was gefunden. gefunden, da möchte ich mit euch kurz mal drüber schauen, was es hier so Nettes gibt. Hier sind neue Grafiken aufgetaucht. Ein Wayfarer-Onboarding. Pokeball-Tutorial. Candy XL Today View. Dass man sieht, wie viele XL-Bombombs man heute schon bekommen hat. Irgendwas von Point Up, Lucky Friend, Hologram-Box, neue Eier, was keine neuen Eier sind, sondern die Eier, die es gibt. Nur sehen die halt irgendwie dann anders aus. Ihr seht ja die heftigen Unterschiede hier zwischen dem und dem. Recent Walking Distance, Number of Friends, Pokémon Hate Updated, Use Body Updated. Also, zu sehen sind überarbeitete Grafiken der Pokémon-Eier, die nun die Punkte an anderen Stellen haben. Außerdem fanden die Data Miner neue Grafiken für die Integration von Wayfarer, für Glücksfreunde, Erfolge und einige kleinere Grafiken, zu die wir bislang noch nicht, ja, diese nicht zuordnen können, genau. Also, so sehen die Eier dann aus. Ja, sieht ganz anders aus. Eigentlich sieht es genauso aus. Ein Capuno-Hut wurde gefunden. Wo man auch wieder nicht weiß, zu was der gehört und was es damit auf sich hat. Ein Capuno-Hut, okay. Setzt den euch mal auf. Dann wurde ganz viel zur GBL Season 10 gefunden. Neue Klamotten, die man wieder freispielen kann. Eine neue Pose hier. Eine Laufpose, ja. Dann diese garantierten Encounter auf den jeweiligen Rängen. Dass hier hier, Lin Fu ist wieder dabei. Hier ist ein Capuno bei 23, bei 24 immer noch das Lucha-Liebe, der Pikachu, was es ja auch als Shiny gibt. Was natürlich mega selten ist. Wer ist schon 24 in GBL? Schreibt es mal rein, wenn ihr schon mal den 24. Rang habt. Sobald es um Punkte geht, bin ich immer raus. Dann seht ihr, was ansonsten noch hier immer dazu geendet wird. Was man alles so kriegen kann. Dann, oh mein Gott. Rang 20. Ein Ki-Jurim. Ich glaube, sie haben es gerade geteased. Ki-Jurim wird im Dezember kommen und alles zerstören. Und dann vielleicht als Shiny eingeführt. Zusammen mit Sekrom und Regi-Rahmen. Das wäre immer noch mein Tipp. Aber da steht ja da, das aktuelle Legendäre ist eigentlich nur ein Beispielbild, was man dann machen kann. Sonst, was Interessantes hier? Nööö, nicht mal das Lavita Dann hier, zack, 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 neue Attacken, neues anderes, neue Moves Alles mögliche hier, der kriegt einen Bodyslam, der kriegt einen Lock-On, der kriegt einen Rock-Somb, Alter Einen Rock-Bottom kriegt er auch noch hinterher, Shadow-Ball Interaktionsradius steht was mit dabei Der visuelle Interaktionsradius, weißer Kreis, wurde ebenfalls erweitert Sodass dieser dem tatsächlichen Interaktionsradius entspricht Oh mein Gott, guck mal wie groß der ist Das heißt, wir haben nicht mehr als vorher, es sieht nur anders aus Aber der war ja eh in dem Sinn erweitert Und noch was wichtiges zu Team-Go-Rocket Spieler auf Reddit berichten, dass bei den Kämpfen gegen Team-Go-Rocket die gegnerischen Pokémon nach einer Attacke Oder nach einem Wechsel nun nicht mehr warten Sondern direkt angreifen Dies macht die Kämpfe gegen Team-Go-Rocket etwas schwerer Da kein schadensfreies Zeitfenster mehr besteht Ob es sich dabei um einen Bug oder um eine bewusste Entscheidung handelt, wissen wir jedoch aktuell nicht Gerade in letzter Zeit habe ich den Leuten immer gesagt, wenn sie Probleme hatten bei Team Rocket Oder Giovanni Giovanni als erstes hat Snowbilikat, ist normal, nehmt ein Kampf-Pokémon Aber setzt das Kampf-Pokémon wie Lucario zum Beispiel als Platz 2 in euer Team Und sobald der Kampf startet, wechselt ihr auf Lucario Dadurch, dass ihr wechselt, hat der Gegner sozusagen 3 Sekunden nichts machen können Und musste immer warten Oder auch wenn ihr einen Move gemacht habt Nach eurem Spezial-Move Musste der Gegner 3 Sekunden warten Bevor er wieder angreifen konnte Lucario hat so schnell immer seine Moves wieder voll gehabt und angegriffen Dass meistens eigentlich der Gegner so gut wie gar nichts machen konnte Und ihr vielleicht mit einem Lucario einfach alle 3 Sachen besiegt habt Jetzt ist es natürlich anders Jetzt braucht ihr Lucario noch nicht mehr auf Platz 2 Könnt direkt das Pokémon, mit dem ihr kämpfen wollt, vorne reinnehmen Weil Der wartet nicht mehr Der greift einfach an Der macht euch einfach platt, ja So ist das So Ansonsten keine Ahnung Ja, es gibt einiges Neues Eier haben sich verändert Hier, das verändert sich Was das hier, neue Anzeigen, neue Grafiken Es wird ja immer das Spiel schön ordentlich aufpoliert Dass das besser und schöner aussieht Wir wissen immer noch nicht, was die Heritage-Ansitz alles bietet Aber hier Yotogotour, denke ich mal, wird auf jeden Fall kommen Hier ist auch nochmal das Fenster vom Pokémon-Go-Live-Blog Ich update nochmal Kämpfen lassen Vielleicht gibt es auch einfach gar keine Raid-Bosse im Dezember Vielleicht ist Urlaub, vielleicht ist Corona Peace out, Forhaut Euer Ramses, ich drehe durch